Enno Bünz ist ein deutscher Historiker. Leben. Bünz studierte Geschichte, Germanistik und Latinistik an den Universitäten in Kiel und Würzburg und legte 1988 DK Sekunden erste Staatsexamen ab. Von 1989 bis 1990 arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Julius Maximilians Universität Würzburg. Anschließend betreute Bünz bis zu seiner Promotion 1993 die Ausstellung Bernward von Hildesheim und das Zeitalter der Ortonen am Diözesenmuseum. Hildesheim. Zwischen 1993 und 2001 war er wissenschaftlicher Assistent bei Matthias Werner am Lehrstuhl für thüringische Landesgeschichte und mittelalterliche Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Dort habilitierte er sich 1999 mit einer Arbeit zum Thema der Niedere Klerus im spätmittelalterlichen Thüringen. Studien zur Kirchenverfassung, Klerusbesteuerung, Pfarrgeistlichkeit und Fründenmarkt im thüringischen Teil des Erzbesturms Mainz. Zum Wintersemester 2001-02 folgte Bünz einem Ruf auf den Lehrstuhl für sächsische Landesgeschichte an der Universität Leipzig. Denn er seitdem besetzt, zudem gehört er seit September 2002 dem Direktorium des Instituts für sächsische Geschichte und Volkskunde an. Forschungstätigkeit. Bünz' Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der deutschen und vergleichenden Landesgeschichte, der Geschichte des Hoch- und Spätmittelalters und der Reformationszeit sowie der historischen Hilfswissenschaften. Er ist Mitglied zahlreicher Gremien und Kommissionen, unter anderem der Gesellschaft für fränkische Geschichte, der Historischen Kommission für Thüringen, der Historischen Kommission bei der Sächsischen Akademie der Wissenschaften und des Kuratoriums der Sächsischen Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek. Bünz ist seit dem Erscheinen des Heftes 69 eintel Mitherausgeber des Deutschen Archivs für Erforschung des Mittelalters. Für seine Arbeiten zur Geschichte Schleswig-Holsteins im Mittelalter bekam Bünz 2004 den Bordesholmer Universitätspreis verliehen. Schriften, Monografien, Stifthauk in Würzburg. Untersuchungen zur Geschichte eines fränkischen Kollegiatstiftes im Mittelalter. Wandenhöck und M. Ruprecht Göttingen 1998 ISBN 3-5253-54444-4. Fränkische Urbare. Verzeichnis der mittelalterlichen urbariellen Quellen im Bereich des Hochstifts Würzburg. Degener Verlag Neustadt A. D. Eisch 1998 ISBN 3-768-69203-5. Zwischenkanonik, Reform und Reformation. Anfänge, Blütezeit und Untergang der Augustiner Chorherrenstifte Neumünster-Bordesholm und Segeberg. Augustiner Chorherren Verlag. Pering 2002 ISBN 3-980-54699-3. Martin Luthers Orden in Neustadt an der Orla. Das Kloster der Augustiner Eremiten und seine Mönche. Verlag B. Wopelius Jena 2007 ISBN 978-3-9397-18024. Zusammen mit Manfred Rudersdorf und Detlef Döring. Geschichte der Universität Leipzig 1409-2009. Band 1 Spätes Mittelalter und Frühe Neuzeit 1409-1831. Leipziger Universitätsverlag Leipzig 2009. ISBN 978-386-583-3013. Herausgeberschaften zusammen mit Rainer Gries und Frank Möller. Der Tag X in der Geschichte. Erwartungen und Enttäuschungen seit tausend Jahren. DVA Stuttgart 1997 ISBN 3-421-05099-6. Das Mainzer Subsidienregister für Thüringen von 1506. Böhlau Verlag Köln unter anderem 2005 ISBN 3-421-6603-0. Zusammen mit Stefan Rhein und Günter Wartenberg. Glaube und Macht. Theologie, Politik und Kunst im Jahrhundert der Reformation. Eva, Leipzig 2005 ISBN 3-374-02322-3. Zusammen mit Klaus Joachim Lorenzen Schmidt. Kleros, Kirche und Frömmigkeit im spätmittelalterlichen Schleswig-Holstein. Wachholz Verlag, Neumünster 2006. ISBN 3-529-0294-1-6. Bücher, Drucker, Bibliotheken in Mitteldeutschland. Neue Forschungen zur Kommunikations- und Mediengeschichte um 1500. Leipziger Universitätsverlag. Leipzig 2006. ISBN 3-865-831-20-6. Zusammen mit Klaus Herbers, der Jakobus-Kult in Sachsen. Verlag G. Nah, Tübingen 2007. ISBN 978-382-33-6332-3. Ostsiedlung und Landesausbau in Sachsen. Die Kyrener Urkunde von 1154 und ihr historisches Umfeld. Leipziger Universitätsverlag. Leipzig 2008. ISBN 978-386-583-1651. Zusammen mit Franz Fuchs, der Humanismus an der Universität Leipzig. Akten des in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Sächsische Landesgeschichte an der Universität Leipzig. Der Universitätsbibliothek Leipzig und dem Leipziger Geschichtsverein am 9. 10. November 2007 in Leipzig veranstalteten Symposiums. Verlag O. Harasowicz-Wiesbaden 2009. ISBN 978-344-70607-90. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Untertitelung des ZDF, 2020